Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Info-Video, wichtiges Thema heute, aber erstmal bevor ich darüber rede, einen wunderschönen Samstag und ein wunderschönes Wochenende unter euch. Ich hoffe, dass ihr es so genießen werdet wie ich. Ja, ich mache das Video jetzt gerade nicht aus Spaß, sondern es hat einen wichtigen Inhalt, denn Dark Victory, also der Macher von TubeClash 1, hat am heutigen Tag das Crowdfunding-Projekt TubeClash 2 ins Leben gerufen. Wer nicht TubeClash kennt, ich packe mal unten in die Verlinkung die Playlist von TubeClash. Mal kurz erklären, TubeClash ist ein Wettel zwischen 10 YouTubern, animiert natürlich von Team TubeClash unter Dark Victory, die in eine epische Schlacht um ihr Leben kämpfen. Das Wichtige dabei ist, TubeClash ist kein Projekt, wo die Macher darüber entscheiden, was wir sehen werden, sondern wir entscheiden durch die Kommentare, was passiert. 10 Folgen, 10 Wochen, das war so das graue Konzept. Und jetzt hat Dark Victory nach der super tollen TubeClash Kino-Tour, die ich leider nicht gesehen habe und die Dokumentation auch noch nicht, das muss ich alles noch nachholen, verdammt, hat er am gestrigen Tag das Crowdfunding-Projekt TubeClash 2 ins Leben gerufen, wo er uns um Hilfe bittet. Und ja, es geht nicht um eine sehr, 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 sehr große Summe, sondern es geht um eine astronomisch mega große Summe von 25.000 Euro, die zusammengespendet werden sollen. Manche fragen sich, ja, 25.000 Euro, das ist jetzt so total viel und so weiter. Ja, das ist viel, aber ich sage mal so, Dark Victory und sein Team stecken bis zu 35.000 Euro in das Projekt rein, was ungefähr, sagen wir mal, ja, 60% des ganzen, ja, des ganzen Projektes schon sind. Also 60% des ganzen Geldes, was in das Projekt reinkommt, wird von den Machern selbst reingeschoben und diesmal sind es ja auch nicht die drei Personen, die das alles alleine machen, sondern die engagieren sich auf professionelle Hilfe, weil die selbst bemerkt haben, ja, das ist uns so schwierig. Verstehe ich voll und ganz und deshalb habe ich persönlich heute auch schon unterstützt. Ich habe 25 Euro per se erstmal nach TubeClash 2 rübergeschickt. Das kommt leider erst nach Beendigung des Crowdfundings, weil ich das über Lastschrift mache. Naja, wichtig ist dabei, ich habe schon unterstützt und ihr könnt mit unterstützen. Ich packe in die Videobeschreibung einmal wirklich zu Crowdfunding-Projekt TubeClash 2 den Link, damit ihr selber euch das nochmal ansehen könnt, was das alles so für eine Idee ist. Ich packe zusätzlich noch in die Videobeschreibung den Link zum Video, ja, und ich werde das auch weiterhin verfolgen. Ich werde euch dann auch wichtige Informationen rübergeben zu TubeClash 2, wenn wirklich was rauskommt, beziehungsweise wenn das jetzt hier erreicht worden ist. Wichtig ist dabei noch, dass hier können wir zwischen den 31.07.2015 bis zum 30.08.2015 schaffen. Also einen Monat Zeit haben wir um die 25.000 Euro Mindestkapital für TubeClash 2 zu organisieren. Okay, ja, wichtig ist noch, das könnt ihr auch gleich noch nachlesen, falls mehr Geld dazu kommt, gibt es ab 30.000 Euro wöchentliche New-Naut-Scenes nach jeder Episode, wo die Fragen beantwortet werden, bei 35.000 Euro wöchentliche Behind-the-Scenes-Videos, also richtig interessant, und das dritte, wenn wir 45.000 Euro schaffen, gibt es längere Episoden und viel Witzigeres. Naja, ah ja, und zusätzlich ist ja noch wichtig, das könnt ihr aber auch nochmal alles am Rand lesen. Wenn ihr gespendet habt, einen bestimmten Betrag gespendet habt, wie zum Beispiel 25.000 Euro, kriegt ihr so ein kleines Goodie noch dazu. Ich bekomme zum Beispiel TubeClash 2, Kinotour 2.16, ich komme auf die Gästeliste für eine Stadt nach meiner Wahl. Das heißt, ich kriege vorher die Tickets, ich komme schon mal zusätzlich rein, ich habe ja unterstützt. Naja, ich wünsche mir wirklich, wenn ihr das mit unterstützt, dass ihr mitspendet, schreibt in die Kommentare, was ihr so mit Crowdfunding-Ideen so findet, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr wirklich das Projekt unterstützt, gebt einen Daumen nach unten, könnt ihr auch machen. Ich habe ja meine gewissen Hater, die das ja immer machen, Zwinker, Zwinker. Ja, und ich packe, wie ihr sagt, in die Videobeschreibung nochmal alle wichtigen Links zu TubeClash 2 rein. Ich freue mich schon wirklich auf das Projekt Dark Victory, top, dass du das machst. Ich unterstütze dich, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye und ciao.